Herzlich Willkommen zum Let's Play Kingdoms of Amalur. Und zwar, wir sind hier gerade bei unserer Hauptquest, um Agath zu folgen. Und ich denke, wir müssen jetzt in dieses Gebäude. Aber zuerst sammle ich die Kiste ein. So, Großschwert, laute Schwerter. Schau mal, du hast ein Großschwert erhalten. Großschwerter sind gewaltige Kriegerwaffen, die enormen Schaden verursachen. Das ist ja gleich einmal vielleicht was für mich. Hihi. Eisen Langschwert. Ne, das ist schlecht. Das ist schlecht. Eisengroßschwert. Naja, es ist dafür langsam. Es ist dafür langsam, meins ist mittelschnell. Dafür ist es um eins stärker. Hm. Und es hat auch keinen Blitzschaden, dafür mehr Körperschaden. Ähm. Ja, ich nehm's einfach mal, würde ich mal sagen. Es ist aber beidhändig. Oh. Ist ja riesig. Ist ja riesig. Also normal bin ich schon so der, äh, der beidhändige, äh, Schwertkämpfer, Kämpferin. Normal mach ich das schon gern, aber... Ja, ich werd einfach mal schauen, wie es mit diesem Schwert geht, wenn nicht nehm ich wieder das Einhändige. Oh, ich kann hier trotzdem ein Schild verwenden, obwohl ich ein Zweihandschwert hab. Interessant. Naja. Okay. Werden wir gleich einmal austesten, wie das Schwert so ist. So, wo ist er? Da ist er. Bestien? Oh mein Gott. Äh, wieso gehst du jetzt wieder nach hinten? Okay. Ja, wohin müssen wir denn? Geht der mir nach, oder wie? Was macht der? Mach keinen Lärm. Wir sind hier nicht sicher. Äh. Oh Gott. Ja, ich geh einfach mal vor. Ich weiß nicht drum, wie er mir jetzt nicht nachgeht. Bin ich von da gekommen, oder? Nein. Dieser Ort ist schon so lange verletzen, dass einige Schicksalsweber glauben, er sei nur Legende. Ich dachte, er geht vor. Okay, dann geh ich halt vor. Ist ja kein Problem. Da unten sind Feinde. Viele, viele, viele Feinde. Da können wir gleich unser Schwert aus der... Oh Gott! Das Schwert ist schon sehr langsam. Aber es wirft die Gegner super zurück. Das war mit dem anderen Schwert eigentlich nicht so. Stirb, du böser Wolf. Stirb! Oh mein Gott. Da werden alle sterben. Alle, alle, alle. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Schwert wirklich auf Dauer nehmen werde. Das ist schon sehr... ...gewöhnungsbedürftig. Aber bitte... ...Blindern Wolf. Der Wolf hat Gold dabei. Schatzack. Wo ist denn eigentlich der andere Gegner? Oh, da ist er. Was ist das? Okay. Gegner. Viele, viele, viele Gegner. Diese ganzen Kräfte überhaupt nicht viel. Diese magischen Kräfte. Habe ich das Gefühl. Jedenfalls. Ja, genau. Greift es mich alle auf einmal an. Greift es mich alle auf einmal an. Ist ja wurscht. Ist ja egal, wenn ich sterbe. Bitte. Bitte. Ich glaube, ich nehme das andere Schwerte wieder. Und das ist wieder mal einer, der mir überhaupt nicht hilft. Das kann ja nicht sein. Der macht ja gar nichts. Bitte, du was. Bitte, du bist ja mühser mit dem Schwert. Ich glaube, ich nehme wieder mein anderes Schwert. Da kann ich einfach besser hinschlagen. Und zwar war das... Gut, da bin ich falsch. Das war, glaube ich, das erodierende... Das statische war das, genau. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Ist auch nur um einen Punkt schlechter. Dafür kann ich besser hinhauen, schau. Das ist... Das ist viel besser. Eisenglingen? Was ist da drinnen? Oh, eine Bannentruhe. Nein. Soll ich's probieren? Wenn nicht, bekomme ich wieder einen Fluch. Ich probiere es. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich glaub's ja gar nicht. Und hab ein Langschwert bekommen, was ich wahrscheinlich... sowieso nicht brauchen kann. Oh, oder? Vergleichen. Oh, 25. Dann nehm ich das gleich. Ähm... Was ist das? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neue Waffen sind immer gut. Und Ausrüstungen. Megatür. Das gesamte Gewebe ist das gesamte Gewebe... ...mega riesige Tür. Ähm... Nun... ...zumindest können es die meisten von uns nicht. Ah... Stahl Langschwert. Das ist doch eh das, was ich grad bekommen hab, oder? Das ist genau das gleiche. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wilder Kobold. Die sind ja wirklich wild. Die sind ja wirklich wild. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mein Gott, nein! Ich wollt noch schnell einen Helltrank nehmen. Letzten Spielstandladen. Oh Gott, ich hab nicht gespeichert. Oder hat's bei der Tür gespeichert beim Eingang? Unser erster Tod. Okay, dann auf ein neues. Ich glaub, das ist einfach noch zu schwer für mich. Und ich bereu es wirklich, dass ich die Nebenquests nicht gemacht hab. Ich meine, ich kann jetzt auch noch Nebenquests machen, schnell aber. So, dann nehm ich aber das andere Schwert gleich. Ähm, und ich hab fast keine Heiltränke. Das ist ja das nächste. Dann nehm ich jetzt am besten wieder mein statisches, war das ja. Auf ein neues. Bitte, wo geht der hin? Bitte, wieso gehen die alle auf mich los? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Bitte, schaut euch das an. Ich glaub, so mies wie in dem Spiel war ich überhaupt noch gar nie. Das andere Schwert nicht doch besser war. Schaut euch das an, schaut euch das an. Das kann ja nicht sein. Das ist echt. Also ich spiel normal wirklich nicht schlecht. Aber das ist ja unglaublich. Ah, ich weiß nicht, ob ich nicht die Aufgabe später mache. Es ist mir einfach zu schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werd einfach schauen, dass ich eine andere Quest zuerst mach. Das ist, glaub ich, besser. Ich glaub ich mach mal einen Nebenquest und zwar Glanz und Schatten. Dann muss ich einem Etin ein paar Artefakte entreißen. So, ich hoff, das ist nicht zu weit weg. Ich glaub, das ist besser, weil... Oh, das ist auch da drinnen. Das ist auch da drinnen. Ähm, nein, 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 nein. Das ist da drinnen, machen wir sowieso erst irgendwann später. Okay, ich mach alles, was nicht da drinnen ist. Ähm, eine Nymphe zu finden. Etin See, ähm... So, da muss ich Monster vertreiben von See und die Nymphe finden, die wo ist, da hinten, da geh ich zwar wieder wirklich weit, aber das ist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt wirklich egal. Das da drinnen war echt viel, viel zu schwer. So, Einsatzbefehle nehmen. Da haben wir wieder eine Nebenquest bekommen. Eine Kiste. So, einfacher Blitzsturm dürfte irgendein Drang sein. So, wo muss ich jetzt hin, dass ich auch wirklich nicht falsch gehe? Und ich glaub, hier muss ich hin. Hoh! Nein! Nein! Ich mag dich nicht. Ich mag dich gar nicht. Vielleicht sollte ich echt mehr mein Schild verwenden. War ja gar nicht mal so schwer. So, da liegt ein... ...ein Leichnam. Raus schild der Ausbesserung. Schau ich gleich einmal. Wo ist der Schild? Unterrüstung. Aha, ich hab hier schon bessere Ausrüstung. Rigide Stulpen 13. Das hab ich gar nicht gesehen. Kupfertalismann 10. Kupfertalismann 8. 16. 8. Nehme ich den standhaften Faustschild. Den hab ich sowieso schon. Hab ich sonst noch was bekommen? Das kann ich ja nicht nehmen. Alles klar. Okay. Ich glaub, das Schwert ist doch besser. Ich lass es einfach mal. So, da sind Bögen, die ich nicht brauche. Okay, und bevor wir jetzt weitergehen, nach diesem vielleicht etwas unerfreulichen Part, zweimal gestorben, gut, mach ich hier einen Cut und wir sehen uns dann hoffentlich mit besserer Ausrüstung und besserem Schwert und besserem Kämpfen und sowieso im nächsten Part. Bis dann!